Squid Game Roblox Lass mich erst mal schnell nen Account machen Ah, ich bin 001! Oh mein Gott, jeder ist 001! What the fuck? So hab ich nicht Squid Game in Erinnerung What? Oh, ist... Red Light! Red Light! Red Light! Niemand hat mir gesagt, dass Roblox so ein scuffed Game ist Red Light! Red Light! Red Light! Red Light! Sterb! Ha, Idiot! Ich bin ein Dick Chat, ich mobbe 12-Jährige Komm, gib mir den Regenschirm Gib mir den fucking Regenschirm Gib mir den Regenschirm Ich kann nix sehen What? Was ist das? Das ist kein Regenschirm! Was schneid ich aus? Chat, das ist kein Regenschirm Ich schwöre, das ist kein Regenschirm Was soll dieser Scam? Ich hab ne Erde bekommen Wie soll man das schaffen in zwei Minuten? Wow, nein! Nein, das akzeptiere ich nicht! Geh sterben! Nein! 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 Willkommen, jeder Willkommen, jeder wie viele Pläser wir spielen 69 Was ist hier 69? Sind wir wirklich 69 Leute? Was? Zwei sind umgekippt! What the fuck? Come on, man! Holy fuck, bist du ne Pussy! Kein Wunder, dass du... Thanos? Thanos! So leicht war es also fucking Thanos zu killen Der Guy! Oh, er kennt die Regeln nicht! DHL! Es ist immer die fucking DHL, die zu spät ist! Du schaust es! Okay! Okay, es wird gleich Nacht, ich verstecke mich in der Ecke Kann ich hier hochklettern? Nein! Oh Gott! Ich suche mir ein Bett da oben aus! No! Man, ich komme nicht hoch! What the fuck? Oh, finally! Ah! Okay, man kann den Jump nicht schaffen! Man kann den Jump nicht schaffen! Ich habe Angst! Fuck you, Luca! What the fuck? Hey, motherfucker, komm her! Did you choose random? Chat, das ist ein... Oh fuck! Before you manage two minutes to complete this game! Okay, man! Oh shit! Ich kann nichts sehen! Oh! What the fuck! What the fuck! What the fuck! Warum rutsche ich ins Bohnen rein? Pro-Gamer? Die ganzen 12-jährigen Kitsch, äh die, die die Spiele spielen, haben keine Ahnung... Holy fuck, wer bist du? Aw, er ist cute! Holy 20 marbles or last eight rounds! Wait! Hä? Das ist ja mega easy! Chat! Es ist immer even! Es ist immer even! Zwei Bälle! Könnten meine Säcke sein! Even! Es ist immer even! Okay, ich habe nur einen verloren! Alles safe! Alles safe! Es ist immer even! Wie kann jemand... Es ist immer even! Es ist immer even! Es ist immer even! Ich werde gescammt! Ich schwöre! Ich schwöre! Einer guckt im Stream! Oh! No! Oh! Teppichboden! Es kann nicht dreimal hintereinander... Chat! Ich wusste es! Es kann nicht dreimal hintereinander odd sein! Wie viele noch? Nein! No way, man! Oh mein Gott, ich habe es geschafft! Eine Brücke ist glasvoll. Wird den richtigen Weg oder fällt? Oh no! Kann ich den Mittelweg nehmen? Oh no, Chat! Oh no! Idiot! What the fuck? Oh mein Gott! Der kann Buddy blocken! Lauf! Lauf, Bitch! Lauf, Bitch! Chat! Die Hälfte des Teams ist gestorben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Hälfte des Teams ist gestorben! Weil die einfach kein Jump'n'Run können! What the fuck?! What the fuck?! No! Ich dachte man kann bei der Linie laufen! Okay! Jump! Oh Pockers! Oh mein Gott! Der ist so lucky! Oh mein Gott! Ihr Wichser! Springt! Chat, es geht alles! Shut up! Shut up! Oh! Come on! Come on! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Spielt, ich wusste schon immer dass du mit der fucking Motherfucker komm raus. Oh mein Gott ich sterbe gleich No No Ich habe überlebt Ich habe überlebt Chat Ich bin der Gewinner Chat das war's Das war's. Das Spiel ist actually fun Roblox bei Squid Game Roblox Aber es dauert immer so lange Und die ersten zwei Games sind mies boring So 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 Bis zum nächsten Mal.